Hallo liebe Let's Play Freunde! Endlich nach langem Warten das Let's Play von MotorMax Offroad Extreme Wir befinden uns schon gut im Spiel Das heißt Legen wir los! Dann starte ich mal Kamera wechseln Und los geht's! Ich will euch hier mal ein bisschen was zeigen Das Spiel mal ein bisschen vorstellen Ich werde nicht zu sehr ins Detail eingehen Ich glaube das ist dann Doch eher das vom richtigen Let's Play Und deswegen Nur mal kurz vorstellen Ein oder zwei Rennen machen Um euch mal dann das Wesen Dieses Spiels nahe zu bringen Wenn es euch gefällt Mach ich da gerne ein Let's Play drüber Vor der Länge Halbblind muss man dazu sagen dann Äh ja Wir fahren hier erstmal Den Richtungsfall ignorierend Auf das erste Rennen zu Während dieser Fahrt Erzähle ich euch ein bisschen was über das Spiel Ist also wie der Name schon sagt Ein Offroad Spiel Aber keins von wegen Hier machen wir ein paar Rennen Gegen fünf andere Kontrahenten Und ha 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 Immer Geld verdienen Türen bla 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 So ist es nicht Ihr seht also schon Das Spiel hat Free Roam Was jetzt nicht Unüblich ist Mehr heutzutage Aber der Wesen des Spiels Besteht halt darin Offroad zu erfahren Das heißt nicht irgendwelche Akade Rennen Oder sonstiges Gedöns Oder nein Prüfungen Checkpoint Rennen Navigationsrennen Ich habe gerade vergessen Wie sie hier heißen Ähm Ja Den Wagen kann man auch tunen Also Natürlich im Rahmen Des Offroad Tunings Und nicht das Ouch Das war ein Shit Im Rahmen des Wie kriege ich meine Karre tiefer Schneller Breiter Besser So dass ich alle anderen abhänge Nein Hier geht es eher um Höher Mehr Grip Mehr Benzin Mehr Power Das mehr Benzin erkennt man daran Dass ich wie hier Dieses schöne Ding da oben dran habe Oh das war auch schon ein Rennen Das will ich aber nicht Diesen Gepäckträger Dieses Draht hier stellen Möchte man fast sagen Mit den zwei Kanistern um Das sind meine Reservekanister Da Ist nämlich auch schon die Tankstelle Aber ich habe noch genug Benzin im Tank Das geht hier nämlich alle Nicht schön wenn das im Rennen passiert Dann kostet es nämlich Geld Nämlich das Benzin was ihr danken müsst Und B Zeit Was euch den Sieg kosten kann Man sieht hier auch schön Es gibt einen Haufen Feldwege Wo man da langfahren kann So Komm her Da ist es Das habe ich gesucht Ich mache mal meine Lieblingsdisziplin für euch Die Prüfung Und zwar ist das das erste Rennen So Da stehen jetzt ein paar Informationen Über das Rennen Was euch erwartet Wann und wo Die Schwierigkeit Einsatz Oh wir können wetten Braucht ein bisschen Geld Papa braucht ein neues Hemd So das wollte ich euch mal Ich kriege hier einen Wagen gestellt Der sieht genauso aus wie den den ich jetzt habe Ein bisschen anders Naja Aber das ist schön das erste Rennen Immer Weil da könnt ihr immer mal ein bisschen Kohle machen Um euren eigenen Wagen zu zerrepern Was dann auch wieder Reparatur kostet Starten wir doch einfach mal So Erstmal alles einschalten Allrad dran Und low Und Ja Das macht man eigentlich vorher Oder während man fährt Damit es keine Zeit kostet Ich mache das jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken Und weiß dass ich dieses Rennen eigentlich ohne Probleme Ah da waren sie schon Ähm Meistern kann Wenn ich mich nicht Zu doll überschätze Und daher So Muss man hier drüber Man darf diese Kontrollpunktstangen nicht umfahren Das gibt Strafzeit Nicht so toll Und das kann einem natürlich auch den Sieg kosten Obwohl man der schnellste Solche Parcours war So So Ja Gut Man sieht also hier auch Die Höhe ist entscheidend Der Wagen ist natürlich nicht das Optimum an Höherlegung Äh Man sollte den Was ich aber festgestellt habe Auch nicht zu hochlegen Meiner kippt immer um Muss ich auch mal wieder tiefer legen Kontrollpunkt Äh Nein habe ich nicht Kontrollpunkt So 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 Schön schräge Kontrollpunkt Auch das kann mein Allräder hier Perfekt Es gibt in dem Spiel nur Allradwagen So dass ihr da nicht irgendwie Angst haben müsst am Anfang Benachteiligt zu sein Weil eure Gegner alle Allrad haben Und ihr habt natürlich kein Allrad Sowas gibt es hier nicht Hier muss man ein bisschen langsamer Hier sieht man auch wieder schön Dass es ein bisschen anspruchsvoller ist Ähm Wäre ich hier zu schnell reingefahren Hätte ich A Noch eine Stange mitgenommen Und B Hätte mich überschlagen Das ist mir am Anfang ziemlich oft passiert An der Stelle Wenn man sie nicht kennt Ein paar Steine Auch gefährlich Man glaubt es kaum Aber wenn man da zu schnell drüber huscht Könnte Wagen schon mal aus dem gleiche Gewicht Ei Das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken Ich wollte euch zeigen Dass es eine Strafe gibt Zehn Sekunden So hier drüber Die Gefahr hier ist Dass der Wagen anfängt zu hüpfen Und man die Bodenhaftung verliert Und nicht mehr lenken kann So hier Letztes Stück können wir noch drin Und Zack Letzter Kontrollpunkt Rennen wir in Wie gesagt Ich hab Auf der Strecke eigentlich keine Probleme Deswegen habe ich jetzt auch Den ersten Platz gemacht Die zeigen wie man sieht Es gegenüber den anderen Doch schon sehr gut Wie gesagt Das ist das erste Rennen Da hält sich der Computer immer so ein bisschen zurück Für das erste Erfolgserlebnis Dann können wir auch nochmal kurz zeigen Was es alles gibt Oben links Das hat Für das Rennen Mit der Bestzeit Der aktuellen Zeit Und der Strafzeit Oben rechts Entfernung Entfernung zum nächsten Ziel Kontrollpunkt Fertig Fertig Die Wagen Die Wagen-Einstellungen Also sprich Allrad Differentialsperren Etc Daneben rechts Daneben rechts Die Strickenanzeige Der Höhenverlauf Steigungsverlauf Und ganz rechts Dann natürlich Werte Tachometer Drehzahlmesser Drehzahlmesser Tankanzeige Und Motortemperatur Jo Das tat so Gewonnen haben wir Wenn ich weiter zeigen Ähm Im Laufe des Spiels Könnt ihr neue Wagen Freischalten Aber Auch Neue Territorien Wir sind jetzt hier im Herbstwald So Nenne ich es jetzt einfach mal Ich glaube so heißt es auch Und wenn wir hier die Straße Ein wenig fahren Kommen wir Erstmal zu diesem Wunderschönen Bauernhof Wodurch auch eine Relle geht Ich kenne eigentlich keinen Der sowas mit sich machen lassen würde Aber nein Er hat auch eine extra Rennstrecke Hier links aufgebaut Egal Geht ja hier weniger um Sozialrealismus Als um Fahrrealismus Kann man hier auch einstellen Ob man eher Arcade Verhalten will Oder eher Realismus Ich schalte hier mal kurz das Allrad an Dann ist der Wagen Bis auf der Straße Kann man alles regeln Man kann separat Allrad Separat die Differenzialschweren Von vorne und hinten Und Untersetzungsgetriebe Machen Wie bei einem richtigen Außer man macht das eine Ich glaube wenn man auf Untersetzung schaltet Geht automatisch das Allrad an So Hier sehen wir einen Übergang Zu einer neuen Welt Die ich euch mal noch kurz zeigen möchte Bla 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 Sagt hier nur was ich schon gesagt habe Geht wechseln Muss auch jetzt natürlich Neuladen Man kennt das ja Das schneide ich dann raus Und schon sind wir an der neuen Welt Schneelandschaft Ja Ich liebe diese Schneelandschaft Warum? Es gibt hier einen zugefrorenen See Es gibt hier diese riesen Schneeberge Die Straße ist etwas witschig Und natürlich ist mein Allrad wieder aus Die ist sehr schön Also noch besser fast als Dieser Herbstwald Man kann auch in den Schnee Rehn düsen Ui Und springen Deswegen mag ich sie lieber Ähm Ja hier irgendwo war auch der See Aber warum herumirren Wenn man doch Eine Map hat Wenn ich sie Ah ja F2 Da Hahaha Ist der See Ist das? Ja Sieht so aus Ah ne da ist er Egal aber ihr habt Auch hier wie ihr seht Eine Karte Wo Straßen und Feldwege Eingezeichnet sind Sofern es denn welche Gibt Die als solche gelten Es gibt noch ne dritte Welt Ähm Die man dann im Laufe des Spiels freischaltet Tieren die habe ich noch nicht Ja Gehst du weg So Das ist eigentlich erstmal alles soweit wieder von dem Spiel Ich hoffe das kleine Vorstellungsgespräch Hat euch gefallen Vielleicht kommt ihr auf den Trichter dieses Spiel zu spielen Und wenn ihr Lust habt Und sagt Klar So das gucke ich mir auch an Dann mache ich euch auch ein Let's Play von Anfang an Quasi danach Halbblind wie ich vorhin sagte Weil ganz habe ich selber noch nicht durch Und da kann man bestimmt Eigentlich schöne Dinge zusammen erleben Und ich freue mich auf eure Rezession Rezensionen War ein schwieriges Wort Ähm Ja Kritiken Immer gerne angenommen Sofern sie sachlich sind Sollten nicht gerade in die Beleidigungsrichtung gehen Hat im guten Stil Ui Das darf ich alles nachher wieder reparieren So Dann würde ich mich erstmal verabschieden Und euch sagen Viel Spaß mit Motormax Sagt ich soll das machen Ich mache das gerne Und dann Sehen wir uns hoffentlich wieder Vielleicht auch mal demnächst Wir haben mit dem Peter Bei Portal 2 Viele Grüße Euer Sniper